Schicksal, was hast du bloß auf diesem Mann gemacht? Oh, wow, nein! Icke, Hüftgold. Entschuldigung für alles, was ich jetzt erzählen werde über mein Leben. Oh scheiße, es geht tatsächlich schon los. Also in einem Tag sehe ich mich im Krankenhaus auf jeden Fall. Bereust du es manchmal, Icke, Hüftgold zu sein? Ja, ich habe das lange bereut und viel gelitten. Glaubst du an Gott? Ich habe sehr früh den Glauben an Gott verloren, weil ich die Scheiben der Kirche eingeschmissen habe mit fünf. Gegenfrage, hupst du auf? Du, das riecht immer nach Rosenblätter. Ja, du gefällst mir. Kleine Titten und Nudelsalat. Hat der das wirklich gesagt? Ich bin da stolz drauf! Bis zum nächsten Mal. CAM Zeit2 Vielen Dank.